Weil die Klimakrise keine Grenzen kennt. Weil eins von sechs Kindern in Krisenregionen lebt. Für displaced people tobacco. Because education is a right, not a privilege. Because it helps building the capacity of rural people, so that they can increase their income. Because together we can make the world a better place. Because every woman that's up, access to her cell. Because I am now enabled to help others. Because it is important to learn and to know how to break root causes and cycles of poverty. Weil jeder Mensch ein Leben in Würde verdient hat. Weil wir in diesen turbulenten Zeiten durch Zusammenarbeit und Multilateralismus Chancen und Perspektiven für Menschen weltweit schaffen. Weil ich jetzt eine Arbeit habe und damit eine nachhaltige Zukunft aufbauen kann. Wahre Solidarität bedeutet, gleiche Chancen für alle zu schaffen. Weil Klimawandel keine Grenzen hat. Es ist wegen der CareMed, dass ich meine Revenue aus dem Kakao diversifizieren kann. Weil wir Migration so gestalten können, dass alle davon profitieren. Weil wir Migration so gestalten können, dass alle davon profitieren. Und sie ist gleichzeitig im deutschen Interesse, weil jeder zweite Euro wird in Deutschland im Export verdient. Und deswegen sind wir auf gute Partnerschaften in der Welt angewiesen.